Wenn der Truthahn auch nur halb so gut schmeckt, wie er aussieht, wird das ein Festschmaus, den wir nicht vergessen werden. Ich wollte schon immer ein großes Weihnachtsfamilienfest feiern. Das bedeutet mir sehr viel. Soll ich Ihr Prachtstück, Audrey? Sie sieht ihn sich später an, Schatz. Ihre Augen sind zugefroren. Findest du nicht, dass du ein bisschen übertreibst, Dad? Du musst jede Birne nachdenken. Ich eröffne den Griswold-Familien-Weihnachtsbaum, Leute. Sieht prächtig aus. Scheint zu vergessen, wie schwierig es sein wird, alle zur selben Zeit im Haus unterzubringen. Und Eddie wollte, dass es eine Überraschung ist. Genau. Wir wollen uns auf keinen Fall auftreten. Ah ja. Otzi! Wenn sie ihn packt, dann schnappt er sich dein Bein oder auch beide und dann wird die Blutpolka getanzt. Das ist das Beste, wenn du dich fallen lässt und abwartest, bis er sich wieder beruhigt hat. Wir sitzen alle im selben Boot. Geh, das ist etwas, wovon man das ganze Jahr zehren kann. Sie liegen wunderbar in der Zeit. Dramatische Musik Dramatische Musik Untertitelung. BR 2018